hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich habe heute in der nacht irgendwie so wenig geschlafen dass ich irgendwie mit es ist jetzt aktuell 2 uhr 30 mein mann spielt gerade noch im spielt noch spielt noch der schatten wieder zockt mit seinen kollegen und ich die klatter gerade meine lippenstifte und ich habe mir gedacht wir habt ihr auch bock darauf die klattern es ist so geil leute ich mache mir gerade auch meine lippenstifte sauber und so und zeige euch mal wie ich die jetzt reinige und wie ich auch ein bisschen bestimme wie die hat funktionieren und so und wie man die praktisch wieder einigermaßen sortiert bekommt ich hoffe wie gesagt dass du da bock drauf hast ich zeige euch dann so ein bisschen wie ich das jetzt hier auf dem tisch organisiert habe welche lippenstifte ich safe behalte da zeige ich euch auch mal so so leichte lippen collection und ich hoffe dass ihr da spaß drauf habt bitte abonnieren und den like button nicht vergessen und ich würde sagen auf geht's so ihr lieben also ganz ganz wichtig beim die klattern ist immer eine zähler rolle ich benutze ich habe zufällig eine ganz süße mit minions drauf weil ich swatche nicht alles immer auf den auf den armen weil ich sie sonst gar nicht runterkriege ich habe es jetzt mal probiert schaut man es schon total schaden die meisten lippenstifte ich habe ganz ganz viele weggeschenkt schon freundinnen lippenstifte die wirklich schon komisch aussehen und riechen werden bei mir jetzt rigoros weggeschmissen hier sind zum beispiel noch ein paar lippenstifte drin leute da oben ist meine main sammlung an lippenstiften die werde ich euch später gerne runterholen um euch die zu zeigen und dann zeige ich euch mal so was ich praktisch an standard sortiment hier oben aber wenn ihr praktisch seht ich sitze jetzt vor dem schminktisch und habe da oben praktisch meine sachen und wie gesagt ich lasse euch jetzt einfach mal daran teilhaben wie ich so ein bisschen das umorganisiere und so wie gesagt wie ich aus der vista ja da oben ist lili mäustchen was machst du es ist jetzt halb drei warum ich nicht im bett bin also ich habe ich habe jetzt einfach freies wochenende es ist jetzt aktuell der was ist heute ich weiß gar nicht was heute für ein datum ist auf jeden fall denke ich werde ich bestimmt einiges weg tun können ich habe teilweise auch ungebrauchte lippenstifte die tue ich dann weg die klettern und ich hoffe ihr habt da spaß dran ich hoffe es weil eigentlich macht das ganz arg spaß das weg zu sortieren weil ihr einfach da mal wisst was ihr halt braucht und was eben nicht also dann starten wir mal so aufgrund der uhrzeit wie es jetzt mittlerweile ist es ist der 8 april da mache ich meine die karte ich habe jetzt hier mir einen müll müllermer daneben gestellt und ich mache das immer so ich nehme mir immer so ein zwei zwei seiten c war und falte die mir so in der mitte und lege die mir so auf den schoß leute also hier auf meinen schoß und da tue ich dann praktisch bambi hose lässt grüßen und das wort ich mir praktisch alles so hin und schaue einfach dass ich einigermaßen ordnung irgendwann wieder rein kriegt weil sonst kriege ich ja mal die krise also ich habe jetzt hier schon angefangen ich lege die immer so hin das ist wirklich schon das ist wirklich schon echt gut ich habe hier schon alle ein bisschen sortiert hier sind die ganzen bunten da sind teilweise nix lippenstifte trended up da sind auch ganz alte astor lippenstiftes und leute das sind so lippenstifte wie von früher die habe ich jetzt alle abgewaschen und zwar abgestreift und teilweise auch desinfiziert weil lippenstifte halten sich recht lange also ich muss sagen ich halte die immer sehr kühl und wenn die wie gesagt das ist zum beispiel uralter lippenstift von catrice ehrlich und der kommt auch weg wie ihr seht er sieht auch nicht mehr so schön aus der kommt weg und das war zum beispiel eine live festival zum beispiel ist auch eine coole le gewesen da gucke ich dann auch ich wollte nicht so gerne auf meinen armen rum ich schaue da immer so also ich nehme einfach das papier und reib mir so ein bisschen farbe drauf und riecht dann an dem an dem sheet of paper und wenn er noch recht gut aussieht das sieht er auf jeden fall dann kommt er auch wie gesagt wieder in dieser ins in praktisch in meine kollektion zurück seht ihr ich swatch das einfach so dann habe ich hier noch ein das mag ich jetzt überhaupt nicht wenn diese angedatscht aussehen und da seht ihr auch dass er zwischen angelaufen ist und der kommt weg das ist der full color lipstick vom p2 der ist noch recht neu also den habe ich noch gar nicht lang nur das problem ist halt wenn man hat viel hat benutzt man die nicht so häufig das ist halt echt ein problem und der gibt auf jeden fall noch gut farbe ab riecht auch noch echt gut ich habe ja noch so eine extra pack ich so eine sortierung das sind so lippenstifte die ich mal im alltag demnächst benutzen sollte und der zum beispiel ich weiß gar nicht was mich da geritten hat das ist irgendwie so ein total krasser nude ton ich wollte schon mal auf dem papier also sorry das sieht aus wie taubenschiss oder ohne der kommt weg ich schmeiße auch grundsätzlich lippenprodukte weg also ich gebe die auch nicht irgendwie in fremde hände das ist zum beispiel ein super schöner lippenstift der ist recht neu das ist die 040 aus einer edition der satin nudes der bleibt auf jeden fall also hier oben sind colorful lipsticks dann da unten sind praktisch so nudes und hier sind hat reds die habe ich so sortiert dann habe ich hier noch essence with love total hübsches die le gewesen ich swatche wieder auf meinem paper sehr matter lippenstift ich weiß eigentlich immer ganz genau wie ich die damals gefunden habe weil ich weiß ich bin doch so mensch ich beschäftige mich so arg viel mit meinem make up deswegen weiß ich da eigentlich immer ganz genau bescheid was mir jetzt gefallen hat und was nicht wir haben noch ein paar vor uns die astor lippenstifte also der ist noch recht neu der ist so ein goldenschein den behalte ich mal dann habe ich hier ein softy rose das sind ist ein alverde lippenstift und der ist richtig gut leute also da gibt es auch noch richtig gut farbe ab und der riecht auch noch richtig anständig und wie gesagt ich habe eigentlich recht viele nudes aber habe mittlerweile halt auch unnormal viele richtig krasse lippenstifte und die da habe ich unnormal geliebt das sind diese essens lippenstifte diese ganz schlichten und die geben also der ist jetzt bestimmt schon fünf jahre alt leute und der gibt farbe des todes ab ich wie gesagt habe die erst vor zwei monaten alle abgespritzt mit zum hygienespray aus der apotheke und auch von der arbeit habe ich so desinfektionslösung ich meine mir eins bilden ich habe also ich habe auch weder herpes noch sonst irgendwas also für mich läuft es das ist auch noch ein lippenstift in der farbe 01 coral in so einem korall super geil ich mache auch zum beispiel mal die ränder sauber seht ihr wenn die zum beispiel so ein bisschen eingesaut sind damit zu halten die halt einfach auch länger das will ich mir ja nicht nur einig wäre schon länger make up dann haben wir hier noch einen ganz tollen ton und weißt das all diese astor lippenstifte die habe ich mal von einer freundin bekommen vor vielen vielen jahren und die sind super cremig also astor hat wirklich ganz ganz tolle lippenstifte die sortiere ich auch in die etwas rot pinken der segment weil ich das so ein bisschen sortieren möchte so und jetzt gucken wir mal was wir noch haben ich habe jetzt auch noch voll viele liquid lipsticks und so aber die lippenstift war mir jetzt mal ganz arg wichtig wenn jemanden schwätzen hört einfach ignorieren das ist mein man das ist ein manhattan lippenstift den ich ganz ehrlich noch nie wirklich getragen habe da werde ich jetzt erstmal die schicht ab machen und ergibt noch super farbe ab ihr seht es ja ist ein shiny finish ja weiß nicht kann mich noch nicht durchringen also ich denke dass er weg gehört weil der schützt nicht so also ich stehe halt nicht also rote farbe muss bei mir halt matt irgendwie sein dann habe ich hier einen alverde lippenstift den ich super super schön finde wo ich allerdings immer nicht so weiß ist der noch gut oder nett so das ist dieser hier den habe ich jetzt abgewischt aber seht ihr zum beispiel jetzt ist es so ein lippenstift den ich zwar gern behalten würde aber ich nicht tue ihr seht ihr den oberen teil der sauber ist und jetzt hier unten geht es dann schon ins dreckige rein und es wird dann hier so matt und das ist ein zeichen für mich dass der anfängt komisch zu werden deswegen kommt der weg das ist ein lippenstift ein nude lippenstift den trage ich eigentlich total selten muss ich sagen das ist auch so ein schein gloss ich behalte ihn jetzt erst mal das ist anstrengend leute also die erste entscheidung die ihr immer fällt ist immer die beste also einfach weg oder nicht hier das ist ein lippenstift in so einem schein finish mit so ein bisschen glitzer partikeln drin den ich aber sehr schön finde der ist auch nicht angelaufen also den seht ihr auch zum beispiel da seht ihr auch wirklich keine make up ränder oder irgendwelche sachen den könnt ihr dann behalten mein kätzchen nervt dann habe ich hier von revolution make up london habe ich noch so ein bräunischen der ist recht neu den habe ich mal von der mystery box gekriegt und der gefällt mir eigentlich ganz gut da habe ich einen dann noch freundin geschenkt weil ich hatte irgendwie mal zwei drei mystery boxen gekriegt den behalte ich auch also ich die klatter schon recht viel muss ich sagen die kiko lippenstifte sind alle recht neu von mir das sind diese die sind mittlerweile gerepackaged die sehen ein bisschen anders aus so zeige ich euch gleich wie die aussehen dann hier ein vibrant shock die liebe ich die liebe ich des todes und zwar gerade so wenn ich so richtig geile looks möchte die extrem auffällig sind sind das die besten lippenstifte und die gab es ja teilweise super billig von essence die gibt es glaube ich nicht mehr daher behalte ich den auf jeden fall dann ist das hier noch so ein richtig richtig altmodischer kiko der ist aber noch gar nicht alt den habe ich gekauft dass mein papa fort vier fünf wochen in der stadt war da mache ich es dann auch so dass ich wie gesagt die oberfläche ein bisschen sauber macht und der kommt auf jeden das ist so eines von diesen standard lippenstiften das jetzt nichts besonderes das ist ein nix der ist ganz neu da muss ich auch die oberfläche etwas also seht ich mache einfach nur so dann nehme ich ein feuchtes tuch und macht diese oberfläche sauber und der ist auch noch okay der ist seht ihr das meinte ich zum beispiel der da seht ihr das das oben ist die farbe so dunkel und unten also er wäre so zu machen noch okay aber dafür habe ich echt zu viele die kommen weg das ist noch ein den da seht ihr auch dass er zum beispiel nicht mehr gut ist das hat einfach damit zu tun ihr habt ihr könnt ja nicht jeden tag lippenstifte tragen das ist halt einfach so der da ist recht neu der ist bei mir auch super beliebt also das ist aber nicht total schön das ist die 245 der shiny von trend it up das ist eines der neueren den behalte ich definitiv dann haben wir noch ein ultimate kalle und zwar in so einem geilen braun und zwar fand ich den so super der ist auch noch fast nage neu dass ich den behalten kann dann habe ich hier noch aus einer caviar and champagne das ist glaubt aus einer le aus der ich weiß gar nicht treasure trove und den finde ich auch mega mega schön der ist auch noch kann gar nicht alt sein das ist so eine shiny also sowas landet dann eher so meine alltagsschub mein alltags ding wo wir dann gerne mal durchgehen das ist voll doof für euch müsst jetzt immer dasselbe bild sehen schaut man dann habe ich hier noch einen terra attitude diesen richtig geil die lippenstifte und die sind auch noch gar nicht alt das sind so das sind so ich habe da noch mal welche das sind richtig geile farben dabei das ist so ein richtig tolles blau lila und das wird definitiv behalten weil man kann nie wissen ich habe noch mal einen von dieser reihe und zwar der ist richtig geil gewesen wenn ich ihn finde zeige ich euch weil der ist richtig richtig cool so dann haben wir hier noch mal ein urte mit lippenstift von kiko dem muss ich auch nur aus ein bisschen abwischen weil ein bisschen schmutzig am rand ist aber ist auch eine super super schöne farbe also so ein bisschen so ein rosé und das kommt in meine nude abteilung die ich jetzt auch schon bald voll leute also ich kippe das praktisch schon um in meine schublade das zeige ich euch alle später dann habe ich einen rival de loup lippenstift das ist auch der einzige lippenstift den ich habe und den finde ich echt gut ist auch eine schöne farbe und der wird auch behalten den stopp ich jetzt hier noch oder zwischen und jetzt habe ich noch drei und zwar einmal ein raum der ist recht neu den kann ich euch mal swatchen das ist so ein recht neuer aber auch von den ganz einfachen lippenstift kosten glaube ich 2,25 euro oder sowas dann habe ich noch mal einen matten und zwar so ein graustickiges braun das finde ich aber voll interessant bei sowas hat man doch nicht so häufig ja dann habe ich hier noch einen einen ton das ist auch ein ganz ganz toller das ist die farbe macht auch gleich sauber das ist auch ein herrchen das ist die farbe 090 von der trend it up matt reihe schon rot und dann die fand ich auch mega und die liebe ich das sind die essen stifte mit diesem käppchen und zwar ist es candy love ich liebe den ich habe den auch ein paar mal und der wird auch definitiv bleiben ich hoffe dass ich das hier noch rein das kriege ich jetzt hier noch rein so dann habe ich jetzt schon schaut man habe ich das schon leer ich habe jetzt insgesamt elf lippenstifte in meinem müll da sind teilweise wie gesagt lippenstifte dabei die total angelaufen sind was total eklig ist also würde ich euch ja auch echt nicht empfehlen die zu behalten weil das ist einfach auch gesundheit leute das ist echt nicht zum spaß machen ja ich mag das die so zu lassen also ihr seht den stack ja so ich kann euch auch mal so ein bisschen näher annehmen genau und dann geht es tatsächlich an diese abteilung ich habe jetzt hier noch welche aussortiert die ich mir näher angucken heute für den alltag wie gesagt den da den behalte ich safe der kommt direkt rein bisschen sortiert dann habe ich hier ich glaube das ist ein ultimate das ist auch so ein richtig toller der ist nicht angelaufen sondern habe ich vorhin sauber gemacht das ist die 020 von trend up der ist richtig richtig schön dann habe ich hier noch einen schein das ist so ein bisschen so ein rosa der riecht auch noch total tip top also so anlaufen von lippenstiften das problem hatte ich jetzt nur ganz selten das ist ein kiko lippenstift der auch noch echt in ordnung ist und leute ich bin rigoros was lippenstifte angeht also wenn das ist noch ein nagelneuer astor lippenstift und der ist richtig richtig toll in der farbe berry matt und der ist richtig geil ich habe halt wie gesagt von astor da hatte ich mal von einer freundin so viel geschenkt bekommen habe gesagt komm das ist auch ein toller lippenstift das sind diese ähm wie heißt denn das das sind auf jeden fall spezielle und zwar sind das solche lip balms mit farbe und die gibt es aktuell immer noch also die könnt ihr immer noch das ist ein heimliches objekt wo voll viele haben wollen das ist von two face einer und zwar habe ich den von einer freundin gekriegt bei der ich mal immer wieder was einkaufe wenn die ihre high end sachen loswerden möchte ja und das ist so ein ich glaube unicorn tears oder wie der heißt der bleibt safe weil den finde ich richtig geil also schaut mal der ist richtig richtig cool dann habe ich hier noch ein intensify lavish lipstick von kiko und der ist richtig geil leute schaut mal also der ist richtig angenehm und auch total hübsch ähm das ist auch ein recht seltenes objekt weil das ist so eine limited das ist also limited gebe ich zum beispiel grundsätzlich nicht gerne weg weil dann habe ich wieder keine ähm das sind praktisch diese tinted lip balms die trage ich zum beispiel auch super gerne aber vor allem gerade in der arbeit und das ist auch noch einer der ist praktisch einfach nur ein bisschen kräftiger und hat ein bisschen mehr glitzer drin ähm der ist eher so im glossy finish das ist eher matter der ist aber auch noch echt gut dann hier haben wir einen pro matt die matten von catrice habe ich erst gedacht der ist schlecht aber der ist der die sind alle so weil das ist eines der neueren mats und die sind außen so komisch komisch körnig der ist noch total in ordnung das ist eine ganz tolle farbe das ist auch die 03 der essence matt stifter also ihr seht ja die dippelstifter sind top die riechen auch noch total gut dann das ist einer den ich so geliebt habe oder liebe immer noch das ist einer von kiko von der le und der ist so der ist cremig und hat eine geile farbabgabe und dann hat ah das ist der den ich meinte der terra attitude in diesem geilen orange braun und zwar habe ich den vorher schon desinfiziert weil der da liegt mir schon viel dran das ist so ein geiles burnt orange nennt man das und der gefällt mir richtig gut das zum beispiel da seht ihr ja auch dass diese struktur außen so richtig matt ist das ist auch einer von diesen lavish wie dieser hier und da seht ihr die farbe ist einfach geil also ich finde halt so richtig normale lippenstifte so toll für die lippen also mir gefällt das richtig gut und hier zum beispiel also der sieht halt abfuckt des todes aus aber der funktioniert super super gut der fällt halt total auf ja schatz lilly kann ich helfen und das ist noch einer den ich sehr sehr schön finde das ist so ein einfach so ein glossiger lippenstift den ich aber auch behalten werde so jetzt haben wir den stack nämlich fertig den werde ich jetzt in den schrank raum und dann nehmen wir uns die kleinen döschen vor mit den glossen so ihr lieben jetzt geht es weiter packig mit diesen ich sag mal liquid lipsticks und so zeug die habe ich jetzt alle soweit abgewaschen sind noch leicht staubig noch weil ich sie jetzt vor ein paar tagen abgewischt und waschen habe da gehe ich jetzt einfach nur mit so einfach vom feuchten tuch einfach drüber damit sie sauber in meinem schränken landen die habe ich jetzt mal sortiert so ein bisschen nach morgen und so da starten wir jetzt mal einfach rein und zwar so hier haben wir die essence lippenstifte und zwar zu limited editions das sind solche die ich für meine halloween tutorials braucht das sind liquid lipsticks ein kleiner melted matt ein kleiner color pop das sind meine baby größen von zum beispiel color pops oder so die gebe ich natürlich gar nicht weg und das sind alles das ist auch noch einer von dieser halloween reihe und dieser auch die sind übrigens richtig gut gewesen und das sind alles lippenstifte und zwar die gibt das gar nicht mehr das sind die essence water kiss glossy lip colors die liebe ich des todes und die werden definitiv bleiben leute genauso wie der gloss also bei den gloss da rieche ich nur dran und das ist dann eigentlich das war mal eine ganz tolle le von p2 und zwar beauty gala das ist ein ganz toller gloss und der ist wunder wunderschön schaut mal das ist ein richtig toller gloss und der riecht auch noch super also ich wie gesagt meine sachen werden immer trocken gehalten hier und da wird jetzt nichts irgendwas voll in die sonne gestellt oder so und ich mache jetzt nochmal das große licht an damit ihr ein bisschen mehr seht und so genau so ist besser und auf jeden fall so jetzt habe ich jetzt hier nochmal abgewischt ich lege halt die sachen so rein dann kann ich sie wieder rein stellen und dann wird es wieder einfach in meinen stack geräumt so das kommt dann einfach hier rein das sind übrigens auch bewahrungsdinger die ihr bei mir her bekommt die sind super praktisch hier wird jetzt nicht so viel fliegen weil wie gesagt ich einiges davon ja schon habe also ich nehme die jetzt alle mal raus und sortiere mal also das ist ja auch so ein bisschen so ein video ich meine lippen kollektion ihr seht ja dann praktisch auch nicht alles was ich jetzt hier also wenn ich es euch zeige tue ich es gleichzeitig natürlich nochmal anschauen und gucken ob ich es dann doch behalte oder doch weggebe hier habe ich alle farben der revalde loops stay forever die sind richtig geil die bleiben dann zum beispiel also das ist wie gesagt so ein die klatter querstrich ich zeige euch meine kollektion das sind zum beispiel alles ultra matt von trended up das sind alles verschiedene farben ich habe da fast die ganze kollektion die bleiben natürlich auch die finde ich sehr angenehm die trage ich eigentlich immer wieder mal so in der arbeit das sind zum beispiel sachen die ich mir gekauft habe die habe ich jetzt noch nicht häufig benutzt die behalte ich mir aber vor für spezielle tutorials die sind auch noch ganz gut das sind die brilliant moments auch von trended up die bleiben auch und welche definitiv bleiben sind diese und zwar sind es die rivalde loop long lasting crazy matt lasting lipglosses die sind richtig geil leute die kann ich echt nur empfehlen wie gesagt es ist so ein bisschen sortiert so nach blossen farbe und so weiter dann habe ich hier so ein bisschen was was so durcheinander gemischt ist ja also das sind color pop stickys die bleiben definitiv das ist ein super toller ton und zwar ist das die farbe gorgeous das ist ein so so schöner ton und der das einfach der hat einen tollen applikator leute und das ist eine farbe sage ich euch so geil das ist ein liquid lipstick total schön der bleibt dann habe ich eine super ausgedehnte kollektion von diesen da und zwar sind es die manhattan stay matt die bleiben auch definitiv richtig richtig gut sind die sind so ein bisschen muss ich auf der lippe und werden dann halt also super long lasting also ich komme mit denen super zurecht sind auch nicht beppig oder so hier sind noch mal ein paar stickys die sind also meine stickys sind super super geschützt und genutzt also die liebe ich des todes dann habe ich hier long lasting lipsticks und da muss ich jetzt gucken wie die sind also die sind super cremig immer noch dadurch dass sie eigentlich nie rausgedreht werden so stark das ist auch ein guter tipp dreht eure produkte nicht so stark raus und das also ich glaube ich glaube die wurden jetzt auch ausgelistet ich würde sie jetzt aber trotzdem für den gebrauch also der zum beispiel der gibt kaum noch farbe ab der kommt weg dann habe ich hier einen amore matt von milani der bleibt auch dann habe ich hier von l'oreal ein der kommt weg weil ich mag l'oreal produkte überhaupt überhaupt gar nicht ich weiß nicht warum ich habe auch keinen einzigen l'oreal lippenstift mehr weil ich die ganz schrecklich finde und hier haben wir zwei nix glosse die sind ganz okay sind jetzt nicht der ober burner aber ich muss sagen die riechen ein bisschen komisch beziehungsweise die haben einfach so einen ganz eigenen geruch finde ich die riechen so bubblegum mäßig aber weil sie halt noch also die waren neu die habe ich noch nie benutzt die bleiben und das ist ein revolution london liquid lipstick die farbe ist super aber schaut mal der applikator ist richtig schlecht der kommt weg und das ist von unique ein liquid lipstick der sehr gut ist aber ich finde unique als marke komisch weil irgendwie die super teuer sind also unique also wenn es euch was sagt die haben damals so eine ganz tolle foundation raus gebracht die habe ich auch benutzt die ist auch richtig okay ah hier ist noch so ein kiko kiko double dings da der bleibt der ist nämlich ganz gut so ich sortiere das jetzt wieder da rein und immer nehme ich zum beispiel die böden nach oben damit wenn ich in den schrank lange dass ich praktisch genau weiß was für farben da oben liegen so das stelle ich dann so rein das sind übrigens auch badeaufbewahrungen aus dem ikea und wie ihr seht kriege ich die perfekt hier reingefüllt dann habe ich noch diese lippenstifte die muss ich jetzt auch mal aussortieren weil ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß welche ich benutzt habe und welche nicht so das ist ein fall in love metal matte liquid lip gloss den behalte ich auf jeden fall weil den habe ich jetzt auch nur einmal den mix lingerie und den und den also das sind drei davon habe ich jetzt nicht so arg so viele die sind aber echt gut sollte ich auch dringend mal wieder benutzen mein mäuschen schreit schon wieder auch sehr sehr zu empfehlen sind die milani liquid lipsticks das einzige ist die gerüche sind ganz ganz komisch also die riechen so arg süß das muss man mögen ich werde ihnen nochmal einen shot geben ansonsten fliegen sie raus die sleek matte mi sind super sind aber sehr sehr trocknend also das müsst ihr mögen also ich trage sie nicht allzu häufig wie gesagt es ist das ähnliche wie bei den milanis ich schaue es mir jetzt nochmal an wenn sie mit arg zu trocken sind werde ich sie austauschen gegen andere dann habe ich hier noch mal eine farbe fall in love das ist ein so ein topper und zwar ist das so ein rose gold noch mal einen in shabby chic das ist so ein classic und den da habe ich und der der ist auch aus der fall in love reihe da gab es auch eine ganz tolle concealer palette dazu so hier kommen wir jetzt zu lippenstift fix und da wird einiges fliegen weil ich davon nicht so der arge fan bin hier haben wir einen alverde stift die farbe gefällt mir gut der wird behalten hier habe ich ein velvet sense lipstick pen die schmeiße ich direkt weg weil das weiß ich definitiv dass ich die gehasst habe wie pest der ist auch furchtbar der sieht auch schon total abgefuckt aus das habe ich mal von einer freundin bekommen die lip cream ist super also die sieht richtig richtig gut aus ist halt nicht long lasting ist halt so ein bisschen glossig aber macht eine tolle farbe das sind tolle stifte und zwar sind es die color and butter und zwar sind sie richtig geil das sind so richtig tolle weiche labellos sozusagen das ist der color butter lipstick und zwar auch in einer anderen farbe aber die sind richtig geil die sind auch sehr feuchtigkeitsspendend das ist ein rot von astor ja den finde ich jetzt nicht so börnerhaft ich glaube den werde ich erstmal zur seite legen und mir überlegen das ist jetzt einer der ist bisschen also jetzt zum vergleich den und den lege ich jetzt auch mal zur seite und dann habe ich hier noch ein orange der aber super ist der ist nämlich mit so reflekten so bläulich grün dann habe ich hier noch ein der ist so sehr schier der riecht aber super das ist so mit kakaobutter und so total geil dann habe ich hier noch ein von kiko und zwar ist es ein creamy lipgloss ich finde den toll der ist richtig angenehm aber ich kann euch gar nicht sagen ob dieses überhaupt noch gibt weil manchmal sind die teilweise schon mal weg hier haben wir nochmal so everlasting lipsticks die sehen so schlimm aus leute das war der fail der woche und nicht des jahres eigentlich und dann haben wir hier noch vom bijou einen der war richtig gut der war aber auch ziemlich teuer wo ich bisschen schockiert war an der kasse aber ich habe mich dann echt gesagt nicht getraut zu sagen dass ich es nicht haben will dann habe ich hier noch von alverde ein der ist super diese matten diese stifte sind toll das sind matte lipstick und dann habe ich hier noch einen von p2 den weiß ich dass der ist damals schon mal richtig schön gewesen ähm das ist so ein leichtes orange rot der gefällt mir der bleibt und ich habe mich entschieden dass diese beiden ich weiß nicht also das ja sind schon sehr cremig wie gesagt ich schaue es mir jetzt einfach nochmal an sind ja doch sehr hübsch also die behalte ich so jetzt sind wir hier fast durch und jetzt haben wir hier zwei stacks wo ich alles schon aussortiert habe und zwar sind das mini voll süß das sind mini Größen von ähm von diesen äh lingeries und so ähm die werde ich alle so einzeln da rein geben und zwar sind das so mini Größen von den lippenstiften die alle nagelneu sind also die also die habe ich letzten dezember von meiner besten vorne gekriegt und jetzt sind wir also mit dem ausmisten fertig und ich zeige euch mal oben auf meiner vanity was für standard lippenstifte ich habe wo kein einziger von fliegen wird denn da wurde aussortiert so so bewahre ich meine lippenstifte auf also wie gesagt ich habe diese aufbewahrungen ich habe die hier so nach nudes roten die lipgloss und die kleinen sortiert hier habe ich noch wie gesagt ein too faced highlighter und so drin ähm ja ich würde sagen läuft also ich habe jetzt wirklich ich kann euch den müller mal zeigen insgesamt habe ich jetzt ausgemistet 23 lippenstifte und das ist richtig gut weil das sind alles die die ich wirklich auch trage die ich mag und zu denen ich auch greife allerdings sind das die lippenstifte die ich nicht im alltag immer benutze sondern danach suche ich und jetzt zeige ich euch die lippenstifte die ich oben auf meiner ablage habe so ihr lieben da ich ein bekennender lippenjunkie bin habe ich hier eine mega auswahl an lippenstiften also für manche mädels muss es heißen oh mein gott die ist nicht ganz dicht ja sondern also für mich ist es super mir gefällt das irre gut so ich zeige euch mal so ein bisschen an marken was ich da habe hier habe ich die ganzen matt kulturs von den rival de loops hier oben habe ich alles liquid suede sei es jetzt im metallischen finish wie auch im normalen finish da könnt ihr ja sehen ich habe wirklich von knalligen farben die ich als eyeliner zum beispiel auch nutze ist ein sehr guter tipp hier habe ich so ein bisschen lippenstifte die so ein bisschen aus der reihe fallen hier habe ich zum beispiel meinen primer von akara den ich übrigens echt liebe meine lip liner meine lip liner und zwar die lip liner sind etwas bei mir ähm der gehört ja nicht hin ähm wo ich wirklich nur trend it up essence und und rival de loop habe das sind für mich die besten ich habe auch ein paar color pops ich habe auch einen ähm von urban decay ähm den habe ich mal zu einem lippenstift dazu bekommen ist okay aber würde ich keine 20 euro ausgeben für ähm dahinter das sind alles color pops das sind alles color pop lippenstifte die ich so so geil finde ähm das wirkt jetzt hier alles so hell das sind alles nudes pinks reds und dann geht es dann ins orange rüber ähm dann habe ich hier vorne ähm meine zwei äh color pop lippenstifte diese luxe edition money side up und humble pie dann die geliebten ähm revolution pro produkte dann sind es hier soft matt lip creams die mag ich wahnsinnig gerne und weil ich auch richtig geil finde sind alle butterglosse da habe ich eher so die nudigen weil ich die eher so auf nude lippenstift hingebe dann sind das hier aus der neuesten kollektion von kiko einfach diese lippenstifte mit diesem klick und ähm da trage ich wirklich die verschiedensten farben also hier zum beispiel ist jetzt ein zufällig ausgewählter farbton und zwar so ein bären ton ja so ein bären ton äh sind super wenig benutzt aber ich liebe die abartig also da nehme ich mir auch zwei stück immer in der arbeit mit ähm das sind meine einzigen zwei mac lippenstifte das ist ein aus huch hängt ein haar dran ähm das ist ein lippenstift aus einer ich glaube herbst le sind gloss das sind zum beispiel die einzigen nicht lippenstift produkte das sind alles diese supernova eyeshadows der ist richtig geil der color boost hier sind alle gg hadits ich finde die hammer und die lipliner sind noch viel besser dahinter sind meine öbendike lippenstifte davon habe ich drei meine milani meine maybelline die super stay matt inks ähm die kommen ganz hinten weil ich mag die farben ich mag nur die textur nicht das sind richtig geile und zwar die vivid hot lacquers die mag ich wahnsinnig gern von maybelline das sind die ähm matten lippenstifte von p2 sind auch recht neu ähm hier sind noch ein paar liquid suede und nix lingerie ähm also das ist hier so im großen und ganzen das was ich auf meiner vanity pack geschirr so vor mich an habe die sind alle aussortiert da wird auch nicht mehr groß aussortiert weil das alles recht neue produkte und welche ich auch so liebe sind diese hier das sind die kiko instant color matt und die sind so geil da habe ich jetzt glaube ich acht farben von und davon gibt es auch glosse die ich auch nur empfehlen kann da gibt es diese äh 3d hydroglip glosse und die liebe ich abartig also ähm die kladern ist sehr wichtig leute ihr müsst wirklich gucken dass euer make-up akkurat sauber bleibt aber wie ihr seht ich bin eigentlich super ordentlich mit allem ähm wie gesagt ich habe jetzt auf jeden fall gut aussortiert und wie ihr hier halt seht ähm es sieht einfach auch wunderschön aus wenn ihr dann halt einfach mal ein bisschen sortiert habt und so und ich hoffe dass wie gesagt dieses video spaß gemacht hat dann abonniert gerne gerne meinen kanal gebt mir einen like für dieses video und ich würde sagen in dem sinne verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns im nächsten video wieder Cashится gb Sony gb ainda im j Untertitelung des ZDF, 2020